Meine Damen und Herren, bereiten Sie die Klinik ab und schauen Sie klar. Bei der PCR-Test wurden wir denn mal weltweit hinterfragt, weil die PCR-Test nichts, aber auch gar nichts über Infektionen aussagt. Jeder möchte frei entscheiden können, ob er diese Corona-Impfung brachte. Alles wegen allen Wälder, den 99,4% der Menschen weltweit wählen. Die Klinik ab und schauen Sie, dass die PCR-Test wurden. Die Klinik ab und schauen Sie, dass die PCR-Test wurden. Vielen Dank.